Hallo Leute, hier ist der Max und es kam eben gerade Battlefield 2042 Season 3 raus und ich dachte mir so, es ist zwar heute kein Video geplant, aber ich setze mich jetzt mal ganz spontan hin und nehme dazu ein paar Takte auf, was es auf mich so einen Eindruck gemacht hat, wie ich das Ganze so finde. Und ich fasse mich auch kurz, weil ich will mich nicht immer wiederholen, wir wissen alle, das Game hat immer noch mit vielen Problemen zu kämpfen, das ist glaube ich allen klar, da muss ich nicht jedes Mal so im Detail drauf rumreiten. Wer es genau wissen will, was mir an dem Spiel nicht gefällt, kann sich einfach meine letzten Videos, meine letzten, letzten Videos zu Battlefield 2042 anschauen. Und wenn es euch gefällt, dann wisst ihr, ich freue mich unglaublich über jedes Abo und jedes Kommentar, ihr wisst wie wichtig das ist für Content Creator, auch was den YouTube Algorithmus angeht. Also gebt euch einen Ruck, drückt den Abo-Button, schreibt einen Kommentar, wenn euch das Ganze gefällt und ich muss am Anfang eine Sache mir mal von der Seele reden. Ich will nicht, dass es zu negativ rüberkommt, weil ich denke, dass DICE auch mit Season 3 wieder auf einem ganz guten Weg ist, aber eine Sache muss ich mir echt mal von der Seele reden. Und zwar, DICE, wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Ich verstehe, dass ihr Technologien hattet vor 20 Jahren, die es jetzt anscheinend nicht mehr gibt, aber ernsthaft, Map Selection, please, bitte, Map Selection. Breakthrough mit 64 Mann ist halbwegs spielbar, Conquest mit 128 Mann ist nach wie vor nicht mein Favorit, aber ich würde gerne meinen Lieblingsspielmodus spielen, und zwar Rush, und zwar auf der neuen Map. Wo ist das Problem? Warum ist das so ein Hexenwerk, eine Map Selection einzubauen? Dass die Spieler eben ihren Lieblingsspielmodus auf der neuen Map, zum Release der neuen Map spielen wollen, das ist doch nicht so weit her, das muss in Schweden doch auch einleuchten. Warum? Ja, man kann eventuell auf Portal-Server zurückgreifen und das Ganze da spielen, aber warum? Einfach warum? Ich verstehe es nicht. Soll ich das für euch programmieren? Ich mache das, DICE. DICE, meldet ernsthaft, kein Spaß, Leute. DICE, meldet euch bei mir. Ich mache das sogar kostenlos. Ich baue eine Map Selection in das Spiel ein, komplett gratis. Ja, mache ich. Easy, ruft mich an, schreibt mir eine PN, sagt Bescheid, ich mache das. Ach ja, und übrigens, der aktuelle Anti-Cheat von Battlefield 2042 macht Shadowplay kaputt. Deshalb musste ich heute ein bisschen umständlich über OBS capturen und ich hoffe, das funktioniert. Also nicht wundern, wenn euer Shadowplay den Abgang macht, dann liegt das höchstwahrscheinlich am Anti-Cheat von Battlefield 2042. Neue Season ist am Start, das heißt, es gibt wieder eine Map und einen neuen Specialist und ein paar neue Waffen und ein paar Vault-Waffen. Im Detail sieht das folgendermaßen aus. Neuer Specialist, das ist Peter von Microsoft Gold Support, als neuer Assault Specialist mit einem Granatwerfer. Es gibt eine neue Map, Spearhead, das ist auch das, was ihr im Hintergrund seht. Es gibt dazu drei neue Waffen, zwei neue Vault-Waffen, das heißt, Vault-Waffen sind ja diese Copy-Paste-Sachen aus alten Games. In dem Fall ist es jetzt die LMG-Variante von der XM8 und die AN-91. Das ist, wenn ich es noch ganz richtig in Erinnerung habe, war das eine Sub-Machine-Gun aus Battlefield 3. Und es gibt jetzt ein Wurfmesser. Ich glaube, das wird wahrscheinlich einige freuen, wie gut man das in dem Spiel verwenden kann. Bei diesen großen Distanzen bin ich noch ein bisschen skeptisch. Habe ich aber noch nicht groß ausprobiert. Kann ich euch erst vielleicht in einem der späteren Videos oder in einem der nächsten Videos zu sagen. Und das Ganze wurde natürlich wieder schön verteilt über einen neuen Battle Pass. Es gibt jetzt zusätzlich noch XP-Boosts, die auch über den Battle Pass verteilt sind. Meine persönliche Vermutung ist, ich denke, sie mussten die Levels im Battle Pass noch irgendwie auffüllen, noch irgendwie ein bisschen strecken, damit man eben den Battle Pass voll bekommt. Ansonsten ist alles beim Alten, was die neue Season angeht. Das Interessanteste ist sicherlich die neue Map. Und da muss ich sagen, die Map ist mal wieder der absolute Wahnsinn. Die Mapper-Praktikanten haben wieder zugeschlagen, zumindest was die Optik angeht. Offene grüne Fläche und zwei gleich aufgebaute, viereckige Gebäude drauf. Kaum Details und fertig ist die neue Map. Aber, hey, ich will mal gar nicht so anspruchsvoll sein. Es spielt sich gut. Und das ist ja das, worauf es am Ende ankommt. Ein Tunnel zwischen den Punkten, die kleinen Basen außerhalb der großen Gebäude lockern das Ganze ein bisschen auf. Optik und handwerklich ist die Map wirklich nicht gut gemacht. Es hat kaum Details, es ist sehr langweilig, es ist so, nur nach 15 hat man sich gedacht, man hat alles genommen, was da ist, hat es neu angeordnet auf einer Map, hat zwei neue Gebäude entworfen, das war es. Aber das Gameplay ist wirklich okay und das ist ja das, was letztendlich auch zählt. Aber wenigstens ist das Gelände diesmal so gemacht, dass man etwas Deckung hat. Natürlich gibt es wieder sehr viele Container, das sind wir ja mittlerweile gewohnt bei Containerfield 2042. Aber es knallt wieder nice und das Battlefield-Gefühl ist auch teilweise da. Aber dazu gibt es, was ich auch wirklich gut finde, ist ein neues Ping, beziehungsweise man könnte es auch Spotting-System nennen. Man kann jetzt Spieler pingen und die werden dann markiert für kurze Zeit. Also ein bisschen so, wie man das aus alten Battlefield-Teilen kannte oder kennt, kann man ja immer noch spielen. Und wenn man zu sehr pingt, also wenn man die ganze Zeit cool spammt zum Pingen, dann gibt es auch wieder einen Cooldown. Finde ich eigentlich sehr nice Geschichte, ist auch eine sinnvolle Lösung, hat ja nicht umsonst jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang in alten Spielen so oder so ähnlich funktioniert. Wäre das Spiel in diesem Zustand rausgekommen, wäre es zwar denke ich immer noch eine Enttäuschung gewesen, aber es wäre kein totaler Reinfall geworden, wie es jetzt leider Battlefield 2042 geworden ist. Schade drum ist es tatsächlich trotzdem. Vor Weihnachten gibt es noch Update 3.1. Damit gibt es dann eine überarbeitete Manifest-Map. Wer die Map nicht mehr kennt, Manifest ist die Container-Map. Man könnte das zwar mittlerweile über jede Map in diesem Spiel sagen, aber Manifest ist diese Hafen-Container-Map. Ich bin gespannt, wie sie die überarbeiten werden. Man hat ja schon ein paar Vorschaubilder gesehen. Mit mehr Containern? Wer hätte das gedacht? Zur Abwechslung zwischendurch wird das Ganze nochmal aufgelockert durch Betonblöcke und Sandsäcke und natürlich Container. Dazu wird es noch mehr Vault-Weapons geben, also noch mehr Copy-Paste-Waffen aus alten Battlefield-Spielen. Aber so hat man vielleicht in den Weihnachtsferien ein bisschen was zu tun und kann sich so seine Ladung Battlefield abholen, was ab und zu mal sein muss. Es holen sich allerdings aktuell relativ viele Leute ihre Ladung Battlefield ab, nämlich in alten Battlefield-Teilen. Ihr müsst euch mal die Statistiken angucken. Battlefield 4 und vor allem 1 und 5 gehen richtig durch die Decke, haben viel, viel mehr Spiele als Battlefield 2042. Insgesamt muss ich aber sagen, echt okay, was DICE abgeliefert hat zur Season 3, was ich bis jetzt gesehen habe. Wenn auch überhaupt nichts Überraschendes, jetzt auch nicht irgendwie der riesengroße Wurf für das Spiel. Aber wie gesagt, wäre das Game so erschienen, wäre es auch nicht so gnadenlos und so schnell untergegangen. Schauen wir mal, wie es weitergeht, gucken wir uns das Ganze nochmal vor Jahresende an. Und ich habe mir den Witz mit dem letzten Battlefield 2042-Video heute mal ein bisschen gespart und verkniffen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, Leute. Wir sehen uns bis dann. Macht's gut. See you. Very viel Redigered chunkulation. Wir sehen uns das Ganze schon. Certainly bleiben. Und wir sehen uns da. Also hold auf. ństese. Vielen Dank.